Besonders seit der Corona-Pandemie wird die Menschheit von einem Schrecken zum anderen gejagt und ständig von Politik und Medien in Anspannung gehalten. Aktuell erfolgt dies zum Beispiel durch den sich immer mehr zuspitzenden Konflikt mit Russland und die politische und mediale Vorbereitung der Bevölkerung auf einen umfassenden Krieg. Parallel dazu finden jedoch unglaubliche Umbrüche und Entwicklungen im Finanzsystem statt, über die die Leitmedien konsequent schweigen. Sie sind so gewaltig, dass sie laut dem Finanz- und Wirtschaftsexperten Ernst Wolf alle unsere Vorstellungen sprengen. Unter Führung der globalen Finanzelite arbeiten nahezu alle Staaten weltweit an der Einführung einer neuen Form von Geld, der digitalen Zentralbankwährung, kurz CBDC. Dieses neue Geld unterscheidet sich grundlegend von unserem jetzigen Geld, da es sich nicht von einer Geschäftsbank, sondern direkt von einer jeweiligen Zentralbank ausgegeben und verwaltet wird. Durch Analyse sämtlicher Zahlungsvorgänge eines jeden Menschen entsteht so im Finanzbereich der gläserne Bürger, der auf Schritt und Tritt überwacht werden kann. Da CBDCs zusätzlich auch programmierbar sind, ermöglichen sie es, die Menschen beliebig zu steuern. Sie können hierzu zum Beispiel mit einem Verfallsdatum versehen oder zweckgebunden ausgegeben werden. Auch die Verknüpfung mit einem Sozialkreditsystem nach dem Vorbild Chinas ist möglich, um bestimmte Verhaltensweisen zu erzwingen. Zusammengefasst bedeutet die Einführung von CBDC daher, dass unser aller Vermögen zu einem ferngesteuerten Spielball der Mächtigen wird und dass unsere finanzielle Freiheit zu Ende ist. Wenn es nach den Plänen der EZB geht, soll diese Entwicklung bereits am 1. November 2025 mit Einführung des digitalen Euros eingeleitet werden. Deshalb spricht Ernst Wolf über den Ukraine-Krieg und die politische und mediale Kriegssätze unter anderem als von einem gewaltigen Ablängungsmanöver. So können die Globalstrategen ungestört und unbeobachtet diesen entscheidenden Zug vorbereiten und ohne große Widerstände durchsetzen. Wenn die Bevölkerung dann begreift, was geschehen ist, ist es zu spät. Schachmatt, würde man sagen. Hören Sie im nachfolgenden Podcast Ausschnitte aus einem Interview mit Ernst Wolf, der in brillanter Weise die Gefahren durch CBDC auf den Punkt bringt und auch die Strippenzieher im Hintergrund schonungslos aufdeckt. Das Endziel der digitalen Zentralbankwährung ist, dass wir alle nur noch ein Konto haben, und zwar bei der Zentralbank. Uns wird das Ganze verkauft als eine Vereinfachung, als eine Beschleunigung von allen Finanzprozessen, aber dahinter steht natürlich etwas völlig anderes. Das neue Geldsystem wird das erste Zweiklassengeldsystem sein, das es jemals gegeben hat. Also es wird eine sogenannte Wholesale-CBDC geben. Diese Wholesale-CBDC wird gehandelt werden zwischen der Zentralbank und großen Finanzinstitutionen, also Hedgefonds, Versicherungen, Rentenfonds und so weiter. Dann wird es eine Retail-CBDC geben. Retail ist das englische Wort für Einzelhandel. Dieses CBDC wird für normale Bürger gelten und für kleine Unternehmen. Also ist es das erste Zweiklassensystem in der Geschichte des Geldes. Zudem wird dieses Geld programmierbar sein, das heißt, es wird möglicherweise an ein Ablaufdatum gebunden sein können. Das heißt, dieses Geld wird nach einer bestimmten Zeit seinen Wert verlieren können. Also wir haben das gesehen, in China gab es Lotterien. Da wurden den Leuten, die diese Wallet mit den CBDCs akzeptiert haben, einige Yuan auf ihr Handy gespielt mit einem Ablaufdatum von sechs Tagen. Nach sechs Tagen war dieses Geld verschwunden, das musste also innerhalb von sechs Tagen ausgegeben werden. Das Geld wird aber auch noch an andere Bedingungen gebunden sein können. Man kann es zum Beispiel zweckgebunden ausgeben. Das heißt, man wird sagen können, du kannst einen Teil des Geldes nur für Nahrungsmittel, einen anderen Teil für die Miete und den Rest meinetwegen für Vergnügung ausgeben. Das Geld kann aber auch ortsgebunden ausgegeben werden. Das heißt, es kann daran gebunden werden, dass man es meinetwegen nur im Umkreis von so und so viel Kilometern vom eigenen Wohnort ausgibt. Und das ist ganz interessant im Zusammenhang mit den 15-Minuten-Städten, die ja überall geplant sind. Es kann also sein, dass wir im Rahmen einer 15-Minuten-Stadt tatsächlich nur innerhalb dieser 15-Minuten-Stadt das Geld ausgeben können. Zudem kann es noch an etwas Weiteres gebunden sein, und zwar an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild. Das heißt, uns können Minuspunkte aufgezeichnet werden, wenn wir zum Beispiel unsere Miete nicht rechtzeitig bezahlt haben, wenn wir bei Rot über eine Kreuzung gegangen sind, wenn wir politisch unliebsame Bemerkungen gemacht haben, dann wird man uns da negative Punkte aufdrücken können. Und das kann eben auch so weit kommen, dass wir irgendeines Tages erfahren, dass wir zu viel Auto gefahren sind, dass wir zu oft geflogen sind, dass unser CO2-Fußabdruck zu hoch geworden ist und wir deswegen für einige Zeit eben nicht Auto fahren dürfen oder nicht reisen dürfen. Es sind alles Einschränkungen, die uns natürlich von einer zentralen Stelle aufoktroyiert werden können, und das ist die Zentralbank. Nun muss man dazu wissen, viele Leute sagen, ja, die Zentralbank ist ja eine objektive Institution, die also eigentlich nur dafür da ist, dass das Geldsystem einigermaßen gut funktioniert. Leider ist diese Sichtweise auch vollkommen falsch. Also, erstmal ist die größte Zentralbank, die Zentralbank der USA, die Federal Reserve, fest in privaten Händen. Die gehört den Eigentümern von zwölf Großbanken, von zwölf Federal Reserve Regionalbanken. Also, das ist keine staatliche Einrichtung, war es auch nie und ist inzwischen mit dem Staat mehr oder weniger verschwistert und verschwägert. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende der Federal Reserve wird vom Präsidenten ernannt, allerdings erst, nachdem ihm zwölf Vorschläge von diesen Banken gemacht wurden. Da haben sich diese Banken praktisch mehr oder weniger auch den Staat unterworfen. Und dann muss man noch eines wissen. Die ganz großen Zentralbanken der Welt, die EZB, die Federal Reserve, die Bank of England, die Bank of Canada und so weiter haben seit der Weltfinanzkrise einen Hauptberater und dieser Hauptberater ist niemand anderes als das größte Finanzunternehmen, das es jemals gegeben hat, nämlich BlackRock. Und BlackRock, die Macht von BlackRock, gründet sich auf zwei Dinge. Also erstmal sind sie die Hauptaktionäre von fast allen großen Konzernen der Welt. Aber ganz wichtig, BlackRock verfügt über eine KI, über eine künstliche Intelligenz im Bereich des Finanzwesens, die heißt Aladin. Der Gründer von BlackRock, Larry Fink, hat im Jahre 1988 nicht nur sein Unternehmen gegründet, sondern auch dieses Computer-Finanzdaten-Analyse-System ins Leben gerufen, was inzwischen schon seit über 40 Jahren alle möglichen Finanzdaten speichert und damit alle möglichen Planspiele durchführt. An dieses System sind inzwischen alle Großkonzerne der Welt angeschlossen. Also wer ein Milliardenunternehmen hat, kann ohne dieses Finanzdaten-Analyse-System überhaupt nicht mehr leben. Und natürlich ist das auch so, dass die ganzen Zentralbanken, Zentralbanken sind ja nichts anderes als Behörden und Behörden sind schläfrig, langsam, meistens nicht auf der Höhe der Technik, die sind alle inzwischen auch von Aladin abhängig. Das heißt, der einzige, der eigentliche Diktator im Hintergrund ist inzwischen BlackRock, weil BlackRock jeden Markt der Welt in jede von ihm gewünschte Richtung bewegen kann und da müssen die Zentralbanken natürlich einfach nur nachziehen. Deswegen ist es so, dieses neue Geld wird nicht nur in den Händen der Zentralbanken liegen, sondern dieses neue Geld wird uns alle einer privaten Organisation, einer privaten Finanzorganisation, nämlich BlackRock, unterwerfen. Die Rolle des World Economic Forums im Zusammenhang mit den CBDCs ist ganz interessant. Wir haben zu Weihnachten 2018 den größten Einbruch an den Aktienmärkten weltweit erlebt und zwar deswegen, weil die Zinsen durch die Federal Reserve zuvor langsam erhöht wurden. Also, zum Ende 2018 war klar, das alte Finanzsystem, das alte Geldsystem ist am Ende und kann auf Dauer nicht mehr am Leben erhalten werden. Interessanterweise, im Januar 2019 hat sich das World Economic Forum in Davos getroffen und da hat es das Konsortium zur Entwicklung von digitalen Zentralbankwährungen ins Leben gerufen. In diesem Konsortium sind die ganzen großen Zentralbanken vorhanden, da sind die großen Blockchain-Firmen mit dabei, da sind die großen Kreditkarteninstitute, da ist natürlich auch das WEF an prominenter Stelle mitvertreten. Wichtig ist zu sehen, das WEF hat diese Agenda direkt mit auf den Weg gebracht und das WEF hat natürlich im Jahre 2019 auch noch andere Dinge gemacht. Es hat Larry Fink, den Chef von BlackRock, in seinen Vorstand mit hineinberufen, wo Larry Fink jetzt zusammen mit der Chefin des IWF und der Chefin der EZB und den ganzen Größen aus der kooperativen Elite der Welt jetzt zusammen drin sitzt. Dann hat das WEF im Jahre 2020 ja auch noch das Event 201 durchgeführt, zusammen mit der Bill & Melinda Gates Stiftung und der Johns Hopkins University, wo die Pandemie einmal vorher durchexerziert wurde. Und ich glaube, dass das alles kein Zufall ist, dass wir das alles erleben durften. Ich glaube, das alles führt darauf hin, dass wir irgendwann dieses neue Geld bekommen sollen, weil im Rahmen der Pandemie sind uns diese QR-Codes aufs Auge gedrückt worden. Da sind wir dran gewöhnt worden, dass wir irgendwann alle biometrisch zu erkennen sind. Die biometrische Erkennung ist auch ein Phänomen, was mit zu dem neuen Geld gehört. Wenn wir das neue Geld alle haben, wenn wir alle nur noch unsere eine Wallet auf dem Handy haben, dann müssen wir auch identifizierbar sein. Denn dann kann es nicht sein, dass einer von uns sein Handy an fünf andere Leute gibt oder wir dann, wenn wir zum Beispiel von allen Finanzflüssen abgeschnitten werden, dass wir dann auf andere Handys ausweichen. Also die biometrische Erkennung ist da ganz wichtig. Und auch in dem Bereich ist Klaus Schwab mit seinem World Economic Forum natürlich ganz vorne. Und man darf nicht vergessen, China spielt eine ganz wichtige Rolle im Rahmen des World Economic Forums, aber auch im Rahmen der Einführung dieser neuen Währung. Es gibt zur Zeit so länderübergreifende Projekte und es ist ganz interessant, dass China da mitmacht, zum Beispiel mit Hongkong zusammen, gleichzeitig aber auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch mit Saudi-Arabien. Also China spielt in dieser ganzen Agenda genau die gleiche Klaviatur wie der Westen. Das ist ein länderübergreifendes und ein systemübergreifendes Programm, Projekt, was uns alle in eine wirklich traurige Zukunft führen soll, weil, wenn dieses neue Geld einmal eingeführt ist, wenn es dann dazu kommt, dass dieses neue Geld tatsächlich funktioniert, dann steht es um unsere demokratischen Rechte ganz schlecht und unsere Freiheit ist damit mehr oder weniger beendet. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Und zwar ist dieses neue Geld ja schon ausprobiert worden. Man hat erstmal einen Versuch damals auf den Bahamas gemacht. Da hat man den Cent-Dollar eingeführt mit sehr negativen Ergebnis. Also das ist von den meisten Leuten dort nicht akzeptiert worden. Dann hat man weitergemacht. Dann hat man auf einigen karibischen Inseln das durchgeführt. Diese Versuche waren auch mehr oder weniger belanglos. Dann ist man nach Jamaika gegangen und hat den Jamdex eingeführt. Das hat keinen Durchbruch gebracht. Dann haben die Eliten sich wohl gedacht, wir müssen das Ganze mit mehr Nachdruck jetzt vollziehen und wir müssen uns langsam mal darauf vorbereiten, dass wir das Ganze auch in den Industrieländern durchführen. Und die haben sich das größte Industrieland Afrikas ausgesucht, nämlich Nigeria. In Nigeria haben sie im Oktober 2021 den eNaira eingeführt und das begleitet mit ganz starken, strikten Maßnahmen. Man hat den Erwerb von Bargeld an Geldautomaten stark eingeschränkt. Man hat einige Banknoten aus dem Verkehr gezogen, man hat die Banknoten verknappt, man hat die Barabhebung bei Banken ganz stark verteuert, man muss also hohe Gebühren darauf bezahlen und man hat alle staatlichen Zahlungen nach einiger Zeit nur in dem neuen Geld vorgenommen. Und trotzdem hat man es bis heute nicht geschafft, bei mehr als 15 Prozent der Bürger eine Wallet auf deren Handy zu spielen. Also 85 Prozent der Nigerianer lehnen dieses neue Geld bisher ab und das ist natürlich ein krachender Misserfolg und zeigt, dass man dieses Geld nicht einfach den Leuten unterjubeln kann, sondern dass man dieses Geld mit ganz großem Nachdruck den Leuten irgendwie aufs Auge drücken muss, dass man die Leute unter ganz große Schwierigkeiten bringen muss. Für mich ist das alles, was im Moment passiert, also was auf den Klimawandel zurückgeführt wird, was auf die Kriege zurückgeführt wird, diese ganze Angst und Panikmache, das dient für mich alles nur dazu, die Leute so gefügig zu machen, dass sie dieses Geld am Schluss akzeptieren werden. Und es gibt eine Idee, die ich im Kopf habe, wie man dieses neue Geld uns allen möglicherweise sogar noch als Wohltat präsentieren wird können. Ich glaube, dass, weil wir im Moment aufgrund des rasanten Fortschritts der KI vor einer großen Welle der Arbeitslosigkeit stehen, also es werden sehr, sehr viele Jobs in den nächsten Monaten wegfallen, glaube ich, dass man diese Arbeitslosigkeit möglicherweise nehmen wird und die wird sich bis zum November 2025 ganz drastisch gezeigt haben, dass man diese Arbeitslosigkeit dann nehmen wird, um das universelle Grundeinkommen einzuführen und das in Form von digitalem Zentralbankgeld. Dann könnte man dem digitalen Zentralbankgeld tatsächlich ein positives Image verleihen. Wenn wir zum Beispiel in Deutschland dann vier oder fünf Millionen Arbeitslose haben, kann man dann sagen, den Leuten wird jetzt geholfen mit diesem neuen Geld. Und ich bin sicher, dass diese Leute nach diesem Strohhalm greifen werden und das Geld dann zuerst einmal einen positiven Anstrich bekommen wird. Das ist so meine Vermutung, wie man das Geld einführen wird. Die von Ernst Wolf angeführten Beispiele, bei denen die Einführung von CBDC alles andere als erfolgreich war, sind äußerst ermutigend. Sie zeigen, dass die Menschen intuitiv diesem neuen Geld misstrauen und es ablehnen. Doch dies darf uns nicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Laut Ernst Wolf steht hinter der Einführung der CBDC der gesamte digital-finanzielle Komplex mit den mächtigen Vermögensverwaltern BlackRock und Vanguard, das World Economic Forum wie EF, sowie die weltweiten Zentralbanken, die nichts anderes als der verlängerte Arm der globalen Finanzelite sind. zur Errichtung ihrer geplanten Weltdiktatur ist dieses neue digitale Geld im Verbund mit der biometrischen und digitalen Erfassung eines jeden Erdenbürgers unverzichtbar. Nur mittels lückenloser Überwachung und Steuerung jedes Menschen kann diese Weltherrschaft aufgerichtet werden. Für sie geht es also um alles oder nichts. Genauso für uns. Deshalb braucht es jetzt entschiedensten Widerstand von jedem, da dieses digitale Geld alles zerstören kann, was uns lieb und teuer ist. Hören Sie hierzu abschließend einen Aufruf von Ernst Wolf zusammen mit dem Unternehmer und Edelmetall-Experten Dominik Kettner. Der digitale Euro ist ein Damoklesschwert, das über uns allen schwebt. Es ist eine Waffe, getarnt als Werkzeug des Fortschritts. Der Preis dafür ist aber unsere Freiheit. Jeden Cent, den wir ausgeben, jeder Traum, den wir haben, wird zu ihrem Spielball. Sie werden unser Leben kontrollieren, unsere Entscheidungen steuern, bis wir vergessen, wer wir einmal waren. Dein Geld, deine Ersparnisse in ihren Händen. Deine Entscheidungen, deine Wünsche bedeutungslos. Dein Leben, deine Zukunft kontrolliert von denen, die im Verborgenen die Fäden ziehen. Ist es das, was du willst, was du deinen Kindern einmal hinterlässt? Es ist noch nicht zu spät. Noch haben wir die Wahl, noch können wir unser Schicksal selber bestimmen, aber die Zeit läuft uns davon. Siehst du tatenlos zu, wie sie deine Welt übernehmen, oder wirst du aufstehen, wirst du kämpfen, dich für die Freiheit einsetzen? Du allein hast die Macht, den Kurs der Geschichte zu ändern. Nutze sie jetzt für dich, für uns alle, für die Generationen, die noch kommen werden. Die Macht des Einzelnen mag begrenzt erscheinen, doch gemeinsam können wir Berge versetzen und Veränderungen herbeiführen. Lass dir diesen Weg zeigen. Lass dir nicht deine Träume rauben. Nutze die Chance und forme deine Zukunft nach deinen Vorstellungen. Es wird nicht leicht sein und es wird Mut erfordern, aber es gibt kein höheres Gut als die Freiheit. Doch wie können wir für die Freiheit kämpfen? Hierzu abschließend noch einige Gedanken. Bargeld ist gedruckte Freiheit, denn seine Nutzung ist im Gegensatz zu jeder Form von bargeldloser Zahlung völlig anonym und kann nicht überwacht und nur schwer reglementiert werden. Nutzen Sie daher Bargeld so viel wie möglich und vermeiden Sie digitale Zahlungen. Eine erfolgreiche Einführung von CBDC gelingt nur, wenn auch jeder Bürger digital und biometrisch erfasst ist. Daher gilt es nicht nur gegen CBDC, sondern auch gegen jede Einführung einer digitalen ID und biometrischen Erfassung aktiv zu werden. Die finsteren Pläne der Strippenzieher im Hintergrund gelingen nur, solange sie im Verborgenen bleiben. Aufklärung ist daher das Gebot der Stunde. Verbreiten Sie daher diese Sendung und informieren Sie die Menschen über die Gefahren von CBDCs. Ein Streichholz ist leicht zu brechen. Doch bei einem ganzen Bündel gelingt dies nicht. Vernetzung ist daher die alles entscheidende Strategie in dieser Zeit. Kämpfen Sie deshalb nicht alleine, sondern vernetzen Sie sich und bilden Sie Netzwerke mit Gleichgesinnten. Gerne können Sie auch Teil des weltumspannenden Klartv-Netzwerks werden, das wir mit allen wahrheits- und gerechtigkeitsliebenden Menschen bilden. Gemeinsam versetzen wir Berge.